Hol den Fluxkompensator raus, denn auf diesem Kanal reisen wir gemeinsam zurück zu den Anfängen der bewegten Pixel und Polygone. In verschiedene Epochen, als Videospiele sich erst langsam zum neuen Leitmedium der Gesellschaft entwickelt haben. Der Sprung in die dritte Dimension einfach nur bahnbrechend war, tagtäglich neue Genres aus dem Boden gestampft wurden und jedes neu veröffentlichte Game nur so vor Innovationen strotzte. Auf Tom Tariel erfährst du alles über die spannenden Entstehungsgeschichten deiner Lieblingsspiele, die mehrere Generationen von Spielern geprägt haben und heute zu unvergesslichen Legenden geworden sind. Und das alles mit einer ordentlichen Portion Nostalgie, Herzblut und viel Liebe zum Detail. Wenn du mit Nintendo, Sega und Playstation aufgewachsen bist, dann abonniere den Channel und aktiviere die Glocke, um diesen Kanal zu supporten und in Zukunft keine weiteren Videos zu verpassen. Wenn du mit dem Kanal zu machen, dann abonniere den Kanal zu kommen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.